In einer Zeit, in der Begegnungen von Prominenten mit den Medien mehr denn je kritisch beäugt werden, sticht Dolly Partons Fähigkeit, einen respektlosen Interviewer zurückzuweisen als Meisterwerk im Umgang mit Würde unter Druck hervor. Dieser Vorfall verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich öffentliche Persönlichkeiten gegenübersehen und unterstreicht die Kraft von Anmut und Witz im Umgang mit potenziell explosiven Situationen. In diesem Video werden wir den Vorfall im Detail betrachten, beginnend mit dem, was während der Interaktion zwischen Dolly Parton und dem Interviewer geschah. Wirklich. Gelassenheit, schnelles Denken und ein Hauch von Humor können angespannte Situationen entschärfen und sie in Chancen verwandeln, um Würde und Respekt zu behaupten. Dolly Parton, die legendäre Country-Sängerin, ist nicht nur für ihre Chart-Hits und philanthropischen Bemühungen bekannt, sondern auch für ihren scharfen Verstand und ihre Anmut unter Druck. Ein besonders leuchtendes Beispiel für ihre gefasste und eloquente Art gab es bei einem mittlerweile berüchtigten Interview mit Barbara Walters im Jahr 1977. Es war das späte 70er Jahre, eine Zeit, in der TV-Interviews oft mit einem herablassenden Ton geführt wurden, besonders gegenüber Frauen, die nicht dem gängigen Bild entsprachen. Dolly Parton trat mit ihrem auffälligen Stil, großem, blondem Haar, markanter Schminke und lebhaften Outfits, auf. Sie verkörperte unerschütterliche Individualität, etwas, das nicht ganz zu den konservativen Ästhetiken der Mainstream-Medien passte. Barbara Walters, eine renommierte Journalistin, die für ihre aufschlussreichen Interviews bekannt ist, saß Dolly gegenüber. Statt sich auf Dollys immense Talente oder ihren Aufstieg aus der Armut zu konzentrieren, legte Barbara den Fokus auf ihr Erscheinungsbild. Walters stellte Dolly in einer Weise Fragen, die leicht als herablassend beschrieben werden könnten, indem sie im Wesentlichen fragte, warum Dolly sich entschieden habe, so auszusehen. Barbara begann mit einer Frage, die eher wie eine versteckte Kritik wirkte. Du musst nicht so aussehen, weißt du? Du bist so talentiert. Du musst dich nicht so kleiden. Stellen Sie sich vor, Sie wären Dolly. Wie würden Sie eine so direkte Frage beantworten? Bereit für ein wenig Dolly-Magie? Wenn ein respektloser Interviewer die Grenze überschreitet, antwortet Dolly Parton nicht einfach. Sie erteilt ihm eine Lektion mit einer Mischung aus Charme und scharfem Witz. Dies ist eine Meisterklasse im Umgang mit Unhöflichkeit, mit Stil und Anmut. Bleiben Sie bis zum Ende dran. Für einen Moment, der perfekt zeigt, warum Dolly ein nationales Schatz ist. Würden Sie sich aufregen, zurückschlagen oder vielleicht defensiv werden? Nicht Dolly. Sie bewahrte ihre charakteristische Gelassenheit und antwortete mit einer Mischung aus Demut, Selbstbewusstsein und Cleverness, die wenig Raum für weitere Kritik ließ. Ich weiß, dass Sie sich über mich lustig machen, begann Dolly mit einem festen und selbstbewussten Ton. Aber tatsächlich, all die Jahre haben die Leute gedacht, der Scherz sei auf mich, aber es war eigentlich auf das Publikum. Ich weiß genau, was ich tue, und ich kann es jederzeit ändern. Ich mache mehr Witze über mich selbst als irgendjemand sonst. In nur wenigen Sätzen gelang es Dolly, die Situation vollständig umzudrehen. Sie erkannte die Spottlust an, ließ sich jedoch nicht davon herabsetzen, sondern nahm sie an und offenbarte ihre scharfe Wahrnehmung ihrer öffentlichen Persona. Sie war nicht das Opfer ihres Images. Sie war die Urheberin davon. Dann fuhr sie fort und unterstrich ihren Punkt mit einer Weisheit, die Bewunderung hervorrief. Wie gesagt, ich bin mir meiner selbst als Person sicher. Ich bin mir meines Talents sicher. Und ich bin mir meiner Lebensfreude und solchen Dingen sicher. Ich bin sehr zufrieden. Ich mag die Art von Person, die ich bin. Mit diesen Worten verteidigte Dolly nicht nur ihr Aussehen. Sie legte eine Philosophie der Selbstakzeptanz und des Selbstbewusstseins offen. Ihre Botschaft war klar. Sie wusste genau, wer sie war und wofür sie stand. Und sie würde sich dafür nicht entschuldigen. Man könnte denken, Barbara hätte den Wink verstanden und das Thema gewechselt, aber sie drängte weiter, immer noch etwas skeptisch. Dolly hingegen blieb unerschütterlich. Sie erläuterte, Ist es nicht faszinierend, wie sie Humor und Selbstsicherheit nutzte, um den herablassenden Ton zu entkräften? Dollys Antwort war nicht nur eine Erwiderung. Sie war eine Meisterklasse darin, wie man Kritik mit Anmut und Würde behandelt. Sie wurde nicht defensiv oder konfrontativ. Stattdessen nutzte sie den Moment, um ihre Stärke und Selbstwahrnehmung hervorzuheben. Was noch beeindruckender ist, ist, wie Dolly klar machte, dass ihre Entscheidungen, sei es in der Mode oder im Leben, ihre eigenen waren, getroffen aus einer Quelle von Sicherheit und Selbstliebe. Sie wies nicht nur die Kritik zurück, sie verwandelte sie in eine Erklärung von Empowerment. Ein weiterer bemerkenswerter Moment, der große Aufmerksamkeit erregte, war, als Dolly Parton nach ihren möglichen politischen Ambitionen gefragt wurde. Sie antwortete humorvoll, Aber jemand fragte, ob du jemals in Betracht ziehen würdest, Präsidentin hier in den Staaten zu werden, und ich sagte, nein, ich glaube, wir haben genug Brüste im Weißen Haus gehabt. Sie präzisierte weiter ihre Haltung zur Politik und betonte, dass sie apolitisch bleiben wolle, um keinen Teil ihrer vielfältigen Fangemeinde zu entfremden, indem sie sagte, ich mache keine Politik, ich steige da nicht ein, weil ich viele Fans habe und niemanden beleidigen möchte, und außerdem interessiere ich mich einfach nicht dafür. Ein weiterer Moment, der Dollys geschickten Umgang mit potenziell respektlosen Fragen zeigte, war eine Frage, ob sie als Hillbilly bezeichnet werde. Parton antwortete mit Anmut und einem Hauch von Humor, indem sie sagte, Wenn du das gesagt hättest, wäre es etwas ganz Natürliches gewesen, aber ich hätte dir wahrscheinlich in die Schienbeine getreten oder so. Sie wies nicht nur die Negativität zurück, sondern nahm auch stolz ihre Herkunft an und sprach von der Intelligenz ihrer Gemeinschaft, die sie als gesunden Menschenverstand oder Pferdesinn bezeichnete. Dies zeigte ihren tiefen Respekt für ihre Wurzeln und lenkte die Erzählung geschickt von einer Beleidigung zu einer Feier ihres Erbes. Parton sprach auch persönliche Fragen mit Offenheit und Witz an. Als man sie nach ihrem Aussehen fragte, bemerkte sie, Als man mich nach meinem Aussehen fragte, sprach ich die Fragen ehrlich und mit ein wenig selbstironischem Humor an. Dolly erkannte an, dass sie immer eine kurvenreiche Figur hatte und fügte hinzu, dass sie, wenn sie sie nicht natürlich gehabt hätte, sie sich hätte machen lassen. Außerdem lenkte sie das Gespräch geschickt auf die positiven Aspekte ihrer Beziehung, indem sie betonte, dass sie und ihr Ehemann ihre Unabhängigkeit schätzten, was die Grundlage ihrer glücklichen Ehe sei. In einem denkwürdigen Interview zeigte Dolly Parton ihre Fähigkeit, potenziell beleidigende Fragen mit einer Mischung aus Humor und Weisheit zu behandeln. Als sie gefragt wurde, ob sie als Hillbilly bezeichnet werden würde, antwortete Parton mit Anmut und schlug humorvoll vor, dass ein solches Etikett dazu führen könnte, dass sie den Interviewer in die Schienbeine tritt. Diese Antwort wies nicht nur die Negativität zurück, sondern verwandelte das Gespräch in eine positive Feier ihres Erbes. Sie sprach stolz über die Intelligenz ihrer Gemeinschaft, die sie als gesunden Menschenverstand oder Pferdesinn bezeichnete, was ihren tiefen Respekt für ihre Wurzeln zeigte und die Erzählung geschickt von einer Beleidigung zu einer Feier ihres Erbes lenkte. Dolly Partons Fähigkeit, sensible Themen anzusprechen, erstreckte sich auch auf persönliche Fragen zu ihrem Aussehen. Sie sprach diese mit Offenheit und einem Hauch von selbstironischem Humor an, erkannte ihre kurvenreiche Figur an und sagte, dass sie, wenn sie sie nicht natürlich gehabt hätte, sie sich hätte machen lassen. Diese Offenheit machte ihre Antworten nicht nur nachvollziehbar, sondern unterstrich auch ihr Selbstbewusstsein und ihre Kontrolle über ihr Image, was ihrer Persönlichkeit eine liebenswerte Note verlieh. Durch ihre Interaktionen wurde deutlich, dass Dolly Partons Verwendung von Humor, Intelligenz und Ehrlichkeit konstant war. Sie verwandelte potenziell negative oder unangenehme Fragen immer in Bestätigungen ihrer Werte und Identität. Dieser Ansatz entwaffnete nicht nur den Interviewer, sondern machte sie auch dem Publikum sympathisch und machte ihre Interviews unvergesslich und lehrreich im Umgang mit Respektlosigkeit, mit Anmut und Würde. Dolly Partons einzigartige Fähigkeit, sensible und potenziell respektlose Fragen während Interviews zu handhaben, hat sie dem Publikum kontinuierlich ans Herz wachsen lassen. Ihr Ansatz, der durch eine Mischung aus Humor, Intelligenz und Ehrlichkeit geprägt ist, entwaffnet nicht nur den Interviewer, sondern spricht auch tiefgehend ihr Publikum an. Partons Antwort auf die Bezeichnung als Hillbilly ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie sie Humor nutzt, um Negativität abzulehnen. Indem sie über das Treteln des Interviewers scherzte, entschärfte sie einen potenziell beleidigenden Moment und lenkte das Gespräch zu einer positiven Feier ihres Erbes. Darüber hinaus unterstreichen Partons offene Diskussionen über ihr persönliches Leben, wie ihre Ehe und ihr Selbstbild, ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstsicherheit. Ihre Offenheit über die Unabhängigkeit in ihrer Ehe und ihre humorvolle Anerkennung ihres Aussehens zeigen ihre Zufriedenheit mit ihrer Identität, was wiederum die Bewunderung und den Respekt des Publikums stärkt. Die Reaktion des Publikums auf Partons Umgang mit diesen Interviews ist überwältigend positiv, da sie kontinuierlich potenziell negative oder unangenehme Fragen in Bestätigungen ihrer Werte und Identität verwandelt. Dies verbessert nicht nur ihre Nachvollziehbarkeit, sondern stärkt auch ihre Verbindung zu ihren Fans. Ihre Fähigkeit, ihre Gelassenheit und ihren Witz unter Druck zu bewahren, dient als kraftvolles Beispiel für Würde und Selbstrespekt, Qualitäten, die von ihrem Publikum sehr geschätzt werden. Warum es wichtig ist, trotz der möglichen Herabwürdigung durch den Interviewer bewahrte Dolly Parton ihre Freundlichkeit und Intelligenz, was eine entscheidende Lektion im Erhalt von Selbstrespekt und Würde bei öffentlichen Interaktionen verdeutlicht. Ihre Memoiren zeigen ein bewusstes Erkennen, nicht ernst genommen zu werden, doch ihre Antworten waren perfekt formuliert, um ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein und ihren scharfen Witz zu demonstrieren. Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung, sich selbst nicht zu unterschätzen oder die Wahrnehmungen anderer den eigenen Selbstwert bestimmen zu lassen. Partons Ansatz während des Interviews dient als kraftvolles Beispiel dafür, wie öffentliche Figuren potenziell entwürdigende Situationen meistern können, ohne ihre Integrität zu gefährden oder Feindseligkeit zu zeigen. Statt auszuflippen, nutzte sie die Gelegenheit, um ihr Selbstbewusstsein zu bestätigen und das Gespräch zu ihrem Vorteil zu wenden, was deutlich machte, dass sie zu selbstbewusst war, um von jemandem herabgewürdigt zu werden. Dies spiegelt einen breiteren gesellschaftlichen Wert wider, sich selbst und andere zu respektieren, unabhängig von unterschiedlichen Standpunkten oder herausfordernden Situationen. Darüber hinaus verdeutlicht Partons Interaktion die Bedeutung von Humor und Anmut bei der Entschärfung angespannter Situationen. Indem sie sich dafür entschied, humorvoll zu antworten und nicht auf einen negativen Diskurs einzugehen, gelang es ihr, ihre Würde zu wahren und den Ton des Gesprächs zu heben. Dieser Vorfall lehrt, dass man Dominanz in einem Gespräch nicht durch Aggression, sondern durch Witz und Gelassenheit ausüben kann und potenziell negative Interaktionen in Momente persönlichen Triumphes verwandeln kann. Die Auswirkungen solcher Interaktionen gehen über die beteiligten Personen hinaus und beeinflussen die öffentliche Wahrnehmung und setzen einen Standard dafür, wie prominente und öffentliche Figuren ähnliche Situationen handhaben könnten. Partons Umgang mit dem Interview resoniert mit dem Publikum und verstärkt ihr Bild als starke, weise und nachvollziehbare Persönlichkeit. Dies verbessert nicht nur ihre persönliche Marke, sondern setzt auch einen Maßstab für öffentliche Diskurse und hebt die Bedeutung von Respekt und durchdachter Kommunikation in Medieninteraktionen hervor. Im Wesentlichen verdeutlicht Dolly Partons geschickter Umgang mit einer herausfordernden Interviewsituation die Wichtigkeit von Selbstrespekt, die Kraft des Humors und die Auswirkungen, die das Bewahren der Gelassenheit unter Druck hat. Diese Lektionen sind nicht nur für öffentliche Figuren, sondern für jeden, der sich in den Komplexitäten sozialer Interaktionen und Medienengagements bewegt. Von Bedeutung. Darüber hinaus zeigt Dolly Partons Geschäftssinn, wie sie mit respektlosen oder herausfordernden Situationen umgeht. Sie gesteht ein, Manchmal muss man eben einfach einen Aufstand machen, um etwas richtig zu erledigen oder es überhaupt zu erledigen. Diese Aussage offenbart ihren pragmatischen Ansatz zur Problemlösung und hebt hervor, dass manchmal starke Reaktionen notwendig sind, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Das Interview mit Barbara Walters im Jahr 1977 ist ein klassisches Beispiel für Partons Geschick im Umgang mit respektlosen Fragen. Trotz des potenziell antagonistischen Ansatzes der Interviewerin verlor Parton niemals ihre Fassung. Sie schaffte es, das Gespräch positiv zu lenken, ihren Selbstrespekt zu bewahren und potenziell erniedrigende Interaktionen in Momente der Ermächtigung zu verwandeln. Essentiell ist, dass Dolly Partons Fähigkeit, respektlosen Fragen mit Intelligenz, Humor und unerschütterlichem Selbstrespekt zu begegnen, wertvolle Lektionen für jeden im Rampenlicht bietet. Indem sie sich selbst treu bleibt und ihren Temperament strategisch einsetzt, kann man selbst die herausforderndsten Interaktionen mit Anmut und Würde meistern. Dolly Partons Fähigkeit, potenziell beleidigende Fragen mit Humor und Intelligenz zu begegnen, ist ein Grundpfeiler ihrer öffentlichen Persona. In einem bemerkenswerten Interview, als sie gefragt wurde, ob man sie als Hillbilly bezeichnen würde, war Partons Antwort sowohl humorvoll als auch scharfsinnig und verwandelte einen potenziell abwertenden Begriff in einen Punkt des Stolzes. Sie machte einen Scherz darüber, den Interviewer in die Schienbeine zu treten, was nicht nur die mögliche Beleidigung entschärfte, sondern auch das Gespräch in Richtung einer Feier ihres Erbes lenkte. Diese meisterhafte Nutzung von Humor vermied nicht nur eine Konfrontation, sondern hob auch die Intelligenz und Klasse ihrer Gemeinschaft hervor, die sie liebevoll als guten Hausverstand oder Pferdesinn bezeichnete. Partons Interviews sind wegen ihres konstanten Einsatzes von Humor, Intelligenz und Ehrlichkeit bemerkenswert. Diese Elemente schaffen eine Erzählung, die Interviewer entwaffnet und sie ihrem Publikum sympathisch macht, indem sie potenziell negative oder peinliche Fragen in Bestätigungen ihrer Werte und Identität verwandelt. Ihr Ansatz ist nicht nur auf sie beschränkt. Auch andere Prominente haben Humor verwendet, um respektlose Fragen effektiv zu handhaben. Zum Beispiel hat Jonah Hill, als er mit Fragen zum Bodyshaming konfrontiert wurde, ruhig das Gespräch umgelenkt, die Absurdität der Fragen hervorgehoben und seinen Selbstrespekt bewahrt. Humor ist nicht nur ein Abwehrmechanismus, sondern auch ein Werkzeug, um eine positive Atmosphäre in persönlichen Beziehungen zu bewahren. Parton selbst hat die Bedeutung von Humor in ihrer langjährigen Ehe hervorgehoben und angedeutet, dass ein großer Sinn für Humor auch in den herausforderndsten Situationen helfen kann. Diese Perspektive spiegelt sich auch in ihren Interaktionen mit den Medien wieder, wo ihre humorvollen Antworten auf persönliche Fragen ihre Fähigkeit zeigen, Würde und Gelassenheit unter Beobachtung zu bewahren. Darüber hinaus ist Partons Humor tief in ihrem kulturellen Hintergrund verwurzelt, der reich an komödiantischen Traditionen ist. Sie hat oft ihre Fähigkeit, in schwierigen Situationen Humor zu finden, auf ihre Erziehung in einer Familie zurückgeführt, in der Lachen eine häufige Reaktion auf die Herausforderungen des Lebens war. Diese Erziehung hat nicht nur ihre komödiantischen Fähigkeiten geschärft, sondern auch eine tief verwurzelte Resilienz eingebrannt, die zu einem Markenzeichen ihrer öffentlichen Interaktionen geworden ist. Zusammengefasst zeigt Dolly Partons strategische Nutzung von Humor und Witz in Medieninteraktionen, ein kraftvolles Beispiel dafür, wie öffentliche Figuren ihre Würde wahren können, während sie sich mit potenziell respektlosen Fragen auseinandersetzen. Ihre Fähigkeit, negative Situationen in Chancen zur Darstellung ihrer Werte und kulturellen Stolz zu verwandeln, ist ein Beweis für ihre Intelligenz und geschickte Kommunikation. Vergleich mit den Erfahrungen anderer prominenter Dolly Partons einzigartige Art, Medieninteraktionen mit Humor und Intelligenz zu handhaben, ist kein isoliertes Phänomen in der Welt der Prominenten. Auch andere Prominente haben eigene Strategien entwickelt, um respektlosen oder aufdringlichen Fragen zu begegnen, was eine breitere Perspektive auf Medienengagement bietet. Tom Hardy, der für seine packenden Darstellungen und seine intensive Präsenz gefeiert wird, erlebte einen herausfordernden Moment während einer Promotion für seinen Film Legend im Jahr 2015. In diesem Film übernahm Hardy die Rollen der berüchtigten Kraytswillinge Reggie und Ronnie, wobei letzterer offen bisexuell war. Bei einer Pressekonferenz stellte ein Reporter von der LGBT-Nachrichtenseite Daily Extra eine Frage, die in Hardys Privatleben abdriftete und zu einer denkwürdigen Interaktion führte. Der Reporter fragte, »In dem Film ist dein Charakter, Ronnie, sehr offen bezüglich seiner Sexualität. Aber angesichts der Interviews, die du in der Vergangenheit gegeben hast, scheint deine eigene Sexualität etwas vage. Findest du es schwierig, für Prominente in den Medien über ihre Sexualität zu sprechen?« Tom Hardys Antwort war sofort und direkt. »Was redest du da?«, sagte er und schnitt die Frage mit einem Ton ab, der sowohl bestimmt als auch abschließend war. Diese Antwort machte deutlich, dass Hardy die Frage unangemessen fand und sie nicht weiter erörtern wollte. Der Hintergrund der Frage des Reporters liegt in einem Interview von 2008 mit Allure, in dem Hardy erwähnte, in seiner Jugend sexuell experimentiert zu haben. Hardys scharfe Erwiderung während der Pressekonferenz machte jedoch klar, dass er die Frage für unangemessen hielt, besonders in einem öffentlichen Rahmen, der seinem Werk gewidmet war. In einem Interview mit The Guardian nach dem Vorfall erläuterte Hardy, warum er die Frage als beleidigend empfand. Er sagte, es sei nicht das Thema selbst, das ihn störte, sondern die Art und Weise und der Kontext, in dem sie gestellt wurde. »Es war einfach die Unhöflichkeit, das in einem Raum voller Menschen zu fragen«, erklärte Hardy. »Ich bin gerne bereit, zu einem vernünftigen Zeitpunkt über alles zu sprechen.« »Ich bin mir meiner eigenen Sexualität sicher und auch bereit, über jedes Thema zu reden, das du ansprechen möchtest. Aber es gibt eine Zeit und einen Ort für solche Gespräche.« Durch die Art, wie er seine Antwort formulierte, betonte Hardy die Bedeutung von Kontext und Respekt in persönlichen Angelegenheiten. Er hob hervor, dass es zwar Raum für Diskussionen gibt, aber solche Gespräche in angemessenen Rahmen stattfinden sollten und eine öffentliche Presseveranstaltung sei nicht der richtige Ort dafür. Hardy ging weiter auf die breiteren Implikationen des Vorfalls ein. Er fand den Ansatz des Reporters als unwillkommene Einmischung in sein Privatleben, besonders weil es den Anschein hatte, darauf abzuzielen, eine Reaktion von ihm hervorzurufen. »Ich fand es sehr demütigend, dass jemand beschloss, auf seine Kosten und seine Zeit, offen und ungeschickt, eine Fragestellung zu verfolgen, die nur darauf ausgerichtet war, eine Reaktion von mir herauszukitzeln, die zu einem Diskussionsthema wurde, das nichts damit zu tun hatte,« sagte er. Darüber hinaus offenbarte Hardy seinen Glauben daran, eine klare Grenze zwischen seinem Privatleben und seiner beruflichen Arbeit zu wahren. »Ich bin nicht verpflichtet, irgendetwas über meine Familie, meine Kinder, meine Sexualität zu teilen. Das geht niemanden etwas an, außer mich selbst. Und ich sehe nicht, wie das mit dem, was ich als Schauspieler mache, etwas zu tun haben sollte. Und es geht nur mich etwas an,« betonte er. Tom Hardys Umgang mit diesem Vorfall war ein kraftvolles Beispiel dafür, wie man Würde und Privatsphäre im Angesicht aufdringlicher Fragen wahren kann. Seine feste, aber gelassene Reaktion schloss nicht nur die unangemessene Frage aus, sondern unterstrich auch das Prinzip, dass persönliche Grenzen respektiert werden sollten, unabhängig vom öffentlichen Status. Tom Hardys direkte Art während Interviews setzt klare Grenzen gegenüber unangemessenen Fragen. Seine ruhige und gefasste Reaktion stellt sicher, dass das Gespräch respektvoll bleibt und hebt seine Kontrolle über die Interaktion hervor, während er respektlosen Diskurs vermeidet. Ähnlich zeigt Jonah Hills Methode im Umgang mit persönlichen Fragen zu seinem Aussehen seine Fähigkeit, Ruhe und Selbstrespekt zu bewahren. Durch gezielte Antworten betont er seinen Wert jenseits des physischen Erscheinungsbildes und lenkt den Fokus des Gesprächs auf seine beruflichen Erfolge. Im Gegensatz dazu nutzt Gordon Ramsay Momente potenzieller Konflikte als Lehrgelegenheiten. Als er über sein Restaurant kritisiert wurde, beinhaltete Ramseys Antwort eine Lektion zur Steak-Zubereitung, die nicht nur die Konfrontation entschärfte, sondern auch sein Fachwissen und seine Autorität im kulinarischen Bereich bestätigte. Lindsay Lohans Strategie besteht darin, die Fragen kurz anzuerkennen, bevor sie das Gespräch umleitet. Diese Technik ermöglicht es ihr, ihre Professionalität zu bewahren und sich auf die Promotion ihrer Arbeit zu konzentrieren, trotz der emotionalen Herausforderungen durch aufdringliche Medienkritik. Penelope Cruz' Antwort auf tiefpersönliche Fragen zu ihrer früheren Beziehung mit Tom Cruise zeigt ihren gefassten und direkten Ansatz. Indem sie das Gespräch auf die gemeinsame Geschichte lenkt, anstatt auf persönliche Emotionen, setzt sie eine klare Grenze und bewahrt die sachliche Integrität der Diskussion. Gene Simmons' Interaktion mit einem Interviewer, der unangemessene Fragen stellte, nahm zunächst einen lockeren Verlauf, wurde aber ernst, als er sowohl den Interviewer als auch seine eigenen emotionalen Reaktionen meisterte. Dieser Vorfall verdeutlicht die feine Balance, die Prominente wahren müssen, um professionelle Interaktionen respektvoll und fokussiert zu halten. Ronny James Dios Begegnung mit einem respektlosen Interviewer zeigt seine direkte keine-Nonsense-Haltung. Dios beharren auf Respekt und Würde hebt seine starke Persönlichkeit und die Weigerung hervor, aufgrund äußerer Erscheinungen oder anderer oberflächlicher Urteile erniedrigt zu werden. Diese Beispiele illustrieren die unterschiedlichen Techniken, die Prominente verwenden, um Medieninteraktionen zu handhaben, die aufdringlich oder respektlos sein können. Wie Dolly Parton zeigt jeder Prominente einen einzigartigen Ansatz, der mit seinen persönlichen Werten und seiner öffentlichen Persona übereinstimmt und zu seinen individuellen Methoden beiträgt, öffentliche Kritik zu bewältigen und Würde in herausfordernden Situationen zu bewahren. Woodson Tom Cruises Umgang mit unhöflichen Interviews zeichnet sich durch eine Kombination aus Entschiedenheit und Gelassenheit aus. Ein bemerkenswerter Vorfall ereignete sich während eines Interviews im Jahr 2005 mit dem australischen Journalisten Peter Overton für 60 Minutes. In diesem Interview stellte Overton zunehmend persönliche Fragen zu Cruises Scheidung von Nicole Kidman, was zu einem denkwürdigen Austausch führte, der Cruises Methode zur Handhabung solcher Situationen zeigte. Das Interview begann, sich zuzuspitzen, als Overton Cruise fragte, ob Kidman die Liebe seines Lebens sei. Cruise antwortete direkt mit, wie beantwortet man diese Frage? Diese anfängliche Antwort verdeutlichte die Unpraktikabilität und Unangemessenheit der Frage und schob die Verantwortung zurück auf den Journalisten. Cruises Taktik, die subjektive Natur der Frage direkt anzusprechen, diente dazu, die Einmischung abzuwehren und den Ton für den Rest der Interaktion zu setzen. Als Overton weiter drängte und behauptete, das Publikum wolle die Antwort wissen, blieb Cruise gefasst, aber bestimmt. Er sagte Overton ausdrücklich, du überschreitest hier eine Grenze, das weißt du. Indem er dies äußerte, setzte Cruise eine klare Grenze und machte deutlich, dass bestimmte Themen tabu waren. Diese Grenzziehung ist ein wesentlicher Bestandteil von Cruises Ansatz, da sie ihm erlaubt, das Gespräch zu kontrollieren und seine persönliche Privatsphäre zu schützen. Während des gesamten Interviews bewahrte Cruise trotz der aufdringlichen Fragen seine Ruhe. Auch wenn seine Frustration offensichtlich war, griff er nicht zu schreien oder persönlichen Angriffen. Diese Fähigkeit, ruhig zu bleiben, half Cruise, die Kontrolle über die Situation zu behalten und seine Haltung auf eine Art und Weise zu behaupten, die sowohl fest als auch respektvoll war. Cruise betonte weiter die Bedeutung von Respekt in solchen Interaktionen. Seine Bemerkung »Bring deine Manieren zurück« unterstrich diesen Punkt, indem sie das vermeintliche Fehlen von Respekt in Overtons Fragen anprangerte. Indem Cruise den Fokus auf das Verhalten des Journalisten lenkte, hob er die Unangemessenheit der Fragen hervor, ohne defensiv oder ausweichend bezüglich seines Privatlebens zu werden. Die öffentliche Reaktion auf dieses Interview war gemischt. Einige Leute glauben, dass Journalisten das Recht haben, schwierige Fragen zu stellen, einschließlich solcher zu einem Prominentens Privatleben. Andere loben Cruise dafür, dass er für seine Privatsphäre eingetreten ist und die Situation mit Würde und Entschiedenheit gemeistert hat. Unterstützer argumentieren, dass Cruise das Recht hat, sein Privatleben privat zu halten und dass Overtons Fragen aufdringlich waren. Viele schätzten Cruises Fähigkeit, ruhig zu bleiben und die Situation respektvoll zu bewältigen, selbst wenn er unter Druck stand. Kritiker hingegen meinen, dass Cruise als öffentliche Person solche Fragen erwarten sollte und dass Overton einfach seinen Job gemacht hat, indem er sie stellte. Sie argumentieren, dass es Aufgabe des Journalismus sei, herausfordernde Fragen zu stellen, auch wenn sie vom Interviewten als unangemessen empfunden werden könnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tom Cruises Umgang mit unhöflichen und aufdringlichen Fragen während Interviews durch direkte und klare Antworten, das Setzen von Grenzen, eine gefasste Haltung und die Betonung von Respekt gekennzeichnet ist. Dieser Ansatz hilft ihm nicht nur, unangenehme Situationen effektiv zu bewältigen, sondern betont auch sein Recht auf Privatsphäre trotz seiner öffentlichen Persona. Die gemischte öffentliche Reaktion auf solche Interviews spiegelt die laufende Debatte über die Grenzen zwischen dem öffentlichen und privaten Leben von Prominenten wider. Schlussfolgerungen Im Kontext von Medieninteraktionen sind die Prinzipien von Respekt und Würde nicht nur idealistische Werte, sondern praktische Notwendigkeiten für konstruktiven Dialog und Verständnis. Dies zeigt sich sowohl in Arbeitsumfeldern als auch auf Online-Plattformen, wo die Dynamik der Kommunikation erhebliche Auswirkungen auf zwischenmenschliche und öffentliche Beziehungen hat. Die Schaffung einer Kultur des Respekts innerhalb von Medienorganisationen beginnt mit klaren Erwartungen und Führung, die Würde und Respekt priorisiert. Das Engagement eines Arbeitgebers für diese Werte trägt dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und respektiert fühlen, was entscheidend für Produktivität und Arbeitszufriedenheit ist. Die Präsenz guter, klarer Führung und positiver Vorbilder ist entscheidend für das Setzen eines Verhaltensstandards, der Respekt und Inklusivität fördert. Dies umfasst die Bereitstellung von Unterstützung und klarer Anleitung sowie das Herausfordern von schlechtem Verhalten Verhalten und das Verstärken von positivem Verhalten, um sicherzustellen, dass jeder versteht, was akzeptabel ist und was nicht. Soziale Medienplattformen spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie Respekt in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen und umgesetzt wird. Die Anonymität und Reichweite dieser Plattformen können manchmal zu respektlosem Verhalten führen, weshalb es entscheidend ist, eine Kultur des Respekts und Verständnisses online zu fördern. Influencer und Marken haben eine erhebliche Verantwortung, den Ton für Interaktionen vorzugeben. Durch respektvolle Interaktionen und die Förderung inklusiven Dialogs können sie ihre Follower inspirieren, dasselbe zu tun und eine positive Kettenreaktion über Plattformen hinweg schaffen. Es ist auch wichtig, dass Einzelpersonen sich selbst reflektieren, wenn es um ihre öffentlichen und medialen Interaktionen geht. Die Überprüfung der eigenen Leistung und das Einholen von Feedback können zu verbesserten Kommunikationsstrategien und besserem öffentlichen Engagement führen. Diese reflexive Praxis fördert nicht nur das persönliche Wachstum, sondern trägt auch zu einer breiteren Kultur des Respekts und der Professionalität in den Medien bei. Respekt und Würde in Medieninteraktionen gehen nicht nur darum, Konflikte zu vermeiden oder das öffentliche Image zu managen. Sie sind entscheidend für den Aufbau echter Verbindungen und die Förderung von Vertrauen. Ob durch die Gestaltung der Arbeitskultur oder das Management von Online-Interaktionen, der Schwerpunkt auf Respekt kann zu bedeutungsvolleren und wirkungsvolleren Medien Engagements führen. Dies schafft eine informiertere, engagiertere und respektvollere öffentliche Diskussion, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommt. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann Like, kommentiere und abonniere für weitere Inhalte. Um noch mehr spannende Geschichten zu erleben, klicke jetzt auf das folgende Video, das auf deinem Bildschirm erscheint.